Liebe Ostergemeinde, wir feiern Ostern das höchste Fest der Christenheit. Eigentlich doch wie jedes Jahr. Doch in diesem Jahr ist es anders. Wir feiern es nicht in der Gemeinschaft, die wir normal hier an Ostern erleben, sondern wir feiern es jeder für sich daheim. Die Corona-Krise hat uns dieses verordnet. Die vergangenen Wochen waren für alle keine leichten. Die Ausgangssperre hat uns ganz schön zurückgeworfen. Und isoliert, scheinbar gefühlt, von der Schule, vom Berufsalltag, vom Studium, vom Kindergarten. Und noch einmal mehr wurden wir herausgefordert und konfrontiert mit Ängsten, die wir bisher so nicht kannten. Und in diesem Herausgefordertsein haben viele Menschen auch für sich ein Hinterfragen erhalten. Was ist denn mit dem Leben? Was füllt es denn wirklich? Was ist denn jetzt der Inhalt, der mich trägt? Und zu all diesen Gedanken kam eine Frage auf, die wachrüttelt. Wie wird es denn nach der Corona-Krise weitergehen? Wie wird es weitergehen? Eine Frage, die ich in den vergangenen Tagen immer wieder am Telefon von Menschen gehört habe, die mich angerufen haben oder auf der Straße Menschen, die mir das zugerufen hatten. Herr Pfarrer, wie wird es weitergehen? Und dieses Weitergehen? Beim näheren Betrachten kam mir der Gedanke, dass es doch mit dem Osterfest verbunden ist. Denn dieses, wie wird es weitergehen? Diese Frage hatten die Jünger und Jüngerinnen damals für sich auch wohlgestellt, als ihr Lehrer, ihr Herr und Meister, mit einem Mal verhaftet, verurteilt und gestorben ist. Mit einem Mal war ihr Lebensalltag ein ganz anderer. All das, was sie bisher gefüllt und geprägt hat, war mit einem Mal weg. Alles ganz anders. Mit einem Mal. Schauen wir noch einmal in das österliche Evangelium hinein, welche Antwort uns hier gegeben wird auf das, wie wird es weitergehen. Jesus selbst gibt sie seinen Jüngern, indem er sagt, fürchtet euch nicht. Und dieser Zuspruch, fürchtet euch nicht, kommt im Alten wie im Neuen Testament sehr oft vor, wie kein anderer. Und in diesem fürchtet euch nicht, liebe Ostergemeinde, ist all das enthalten, was wir für unseren weiteren Weg zum Leben brauchen. Ein Zuspruch aus Liebe für uns, der alle Dunkelheit wandelt und alle Ängste beendet. Doch Jesus verbindet mit diesem Zuspruch noch eine Aufgabe. Das Gehen nach Galiläa. Und Galiläa ist den Jüngerinnen und Jüngern vertraut. Denn Galiläa ist die Region, in der sie doch mit Jesus viele Jahre miteinander erlebt haben und vor allem die Botschaft vom Reich Gottes haben, hören dürfen, für sich. Und Kardinal Marx sagt in seinen Ostergruß, Galiläa ist der Lebensalltag der Menschen mit Jesus. Und er schickt sie nach Galiläa, um sie aus der Erstarrung ihrer Furcht zu befreien und aufzurichten. Denn er lebt ja und will den Weg des Lebens doch weiter mitgehen. Liebe Ostergemeinde, so gilt dieser Zuspruch, fürchtet euch nicht, auch uns gerade heute. Uns gerade heute in dieser Corona-Krise, die uns an Existenzgrenzen für uns Menschen gebracht hat, aber auch mit Ängsten berührt hat, die wir so bisher nicht kannten. Und Jesus verbittet auch bei uns die Aufgabe, mit dem fürchtet euch nicht, in unser Galiläa zu gehen. Und unser Galiläa, das ist doch da, wo wir unseren Glauben leben und Christus im Besonderen begegnen. In unseren Familien, mit den Freunden, Orte, die uns im Laufe des Lebens lieb geworden sind, aber auch unsere Pfarrkirchen, in die Gemeinschaft, die wir darin erfahren, aber auch vor allem auch in uns selbst. Somit lade ich Sie, liebe Ostergemeinde, herzlichst ein, doch ihr, Galiläa, aufzusuchen und sich von dem Zuspruch Jesu leiten zu lassen, fürchtet euch nicht. Dass wir ein gutes Handeln haben nach dieser Corona-Krise, dass wir den Blick nach vorne wagen und uns hier im Besonderen dann auch leiten lassen von der österlichen Botschaft, von diesem Licht, das doch alle Ängste und Dunkelheiten, alle Zweifel durchbricht, damit wir das Leben haben. In diesem Sinne, frohe und gesegnete Ostern.